Und immer für ein bisschen schwierige Pferde, in Anführungszeichen, ohne dass ich mich da drauf gestürzt hätte. Aber es hat immer geheißen, den Schwierigen gibt der Heike. Also es waren viel Araber. Für mich sind die nicht schwierig. Ich erinnere jetzt im Slang von den Medien oder so. Und ich habe Verständnis für schwierige Pferde, in Anführungszeichen, weil ich als Person auch nie in einen Raster passe. Ich bin tatsächlich, jetzt bin ich 51, jetzt bin ich psychisch gereift oder charakterlich gereift. Aber früher war das Leben für mich nicht so einfach. Es gibt jetzt keine großen Depressionsgeschichten oder so. Aber ich habe mich oft nicht zugehörig gefühlt, nicht passend, nicht verstanden. Und ich glaube, aus dem raus kommt es, dass ich Verständnis habe für schwierige Pferde. Ja, gab es diese Resonanz für die nicht Verstandenen. Genau, genau, so kann man es ausdrücken. Und die kamen dann einfach und dann habe ich viel junge Pferde geritten und viel angeritten. Und habe gespürt, wie die einfach sich entwickeln auf positive Art und Weise. Weil es ist ja nicht einfach und erstrebenswert schwierig zu sein. Das habe ich für mich auch festgestellt. Man ist alleine. Und ich kann mir vorstellen, dass Tiere oder Pferde auch, wenn sie in sich gefangen sind, alleine sind. Es ist einfach nicht viel Kontakt oder Austausch oder in seinem Gefangenen. Und das kann ich jetzt durch meine ganz frischen Erfahrungen mit Parish total bestätigen. Bestätigen, dass der ja wirklich auch in der Herde ganz, ganz schwierig Anschluss gefunden hat. Also jetzt nach Monaten, ja. Ja. Weil er so in sich, also dem sieht man das ja nicht an von außen. Ja, der wirkt ja ruhig. Aber in ihm drin hat es irgendwie gedreht oder ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Aber es war gar nicht ruhig und er war wie nicht zu fassen und hat sich ja auch komisch verhalten. Ja, genau. Und nicht nur Menschen gegenüber, sondern dann eben auch in der Herde. Genau. Und von außen sieht man das nicht. Und man fühlt sich aber nicht gut dabei. Ja. Also ich kann das von mir jetzt sagen. Und wenn man diese Pferde einfach aus ihrer Reserve lockt und die über die Arbeit zum Strahlen bringt. Alles löst sich, die Muskulatur verändert sich. Takt hat ja auch was mit Psyche zu tun. Takt hat reines Gehen und Schwung hat was mit Freude zu tun. Und als ich das dann gespürt habe, wie die werden, da habe ich mich auch gefreut und meinen Körper. Und irgendwie so versuche ich mit den Pferden zu arbeiten und das funktioniert gut. Takt. Takt Untertitelung des ZDF, 2020